R-E-W-R-N-S-I-D-E-R Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ihr seht jetzt ganz kurz, wie wir hingekommen sind, was wir überhaupt machen, Leute. Wir killen jetzt gemeinsam einen Enderdrachen, die anderen schreien durchgehend autistischerweise rum, Leute. Wir gehen jetzt hin und werden jetzt gemeinsam den Enderdrachen liegen. Und hohoho, Water-Emergy an dieser Stelle, Leute. Kann man auf jeden Fall feiern. Wir gehen jetzt gerade runter zum Portal schon, Leute. Und machen es gemeinsam auf den Weg in den End und legen dann endlich zusammen den Enderdrachen. Also, Leute, aufgeht. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, genießt die Folge und jetzt erstmal ganz kurz, wie wir überhaupt hingekommen sind. Wir müssen Richtung Zinos laufen. Also, scheint ist das brutal in der Richtung. Hä, wie kaputt gegangen? Warum? Ja, die gehen ja kaputt mit einer gewissen Chance. Ja, die gehen kaputt, naja, das ist eine Chance. Ja, aber wir haben ja da nicht genügend, oder doch? Ja. Hallo? Ich hab elf Stück jetzt noch. Ja, das reicht ja nicht. Doch, weil da sind auch immer welche drin. Aber nur, wir wissen ja nicht, wie viele. Ja, aber wenn wir jetzt da hinrennen und keine mehr haben, wäre das ja ultra dumm. Lass uns doch einfach ein paar mehr Enderperlen im Inventar. Wenn Basti noch Blaze Powder hat, dann können wir nochmal neue machen. Dann hol ich nochmal Blaze Powder. Also, zur Not habe ich auch noch eine Enderchest dabei. Was ist hier? Hast du in der Enderchest eine Blaze Powder? Oh mein Gott. Nö, ich hab keinen Blaze Powder. Was bringt dann die Enderkiste? Ey, Zinus. Hä, das geht nicht. Geh mal nach Hause bei dir und tu mal alle Enderperlen in den Ding rein, in die Enderkiste. Warte, 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 warte. Hört mir mal zu, Leute. Laufen wir jetzt noch Blaze Powder oder nicht? Leute, wir werden einfach mit der U-Bahn so ein Ding ins Fahren. Okay, dann halt nicht. Oh, Junge. Petret, jetzt sag endlich. 740. 1500. Also, komm nach Utopia erstmal. Passt du ja die richtige Richtung. Hey, Leute. Da hat das Auge auch hingezogen. Hey, Leute. Er nimmt den Teleporter einfach nach Utopia, alle. Es gibt keinen Teleporter nach Utopia. Doch, grün. Wollt ihr zum Teleporter? Folgt mir, Leute. Wir müssen doch einfach nach 1000, 1000. Dann sind wir doch schon fast da. Ja, dann lass uns laufen. Ich hab hier so einen Weg runtergebaut. Jetzt müsst ihr halt hier kurz runterspringen. Ah, viel gut. Hä, wo seid ihr denn? Tino Space, grad irgendwie. Bin ein bisschen zu weit gesprungen, aber. Ja, ist auch ganz unten. Könnt ihr hoch. Ich werd kein Diamant dafür ausgeben. Ich hab kein Diamant dabei. Kann man bei Villager nicht in der Augen kaufen? Nein, ich bin da. Verdammt. Wo denn? In der Stadtmitte. Hat jemand ein Dia für mich? Ja, komm her. Stellt euch alle neben mich. Kommt alle her. Ich muss nach grün, ne? Drei, zwei, drei, zwei, eins. Oh ja, los geht. Die geile U-Bahn-Fahrt. Ja, huu. Oh, wir sind da. Ja, geil. Boah, guck mal dieser FPS-Boost hier, Alter. Boah, die los, wo bist du? Du war gut, der Welt. Oh, guck mal, wie herzlich die Landschaft ist. Alter, was? Was? Was ist das für eine Mies-Konstruktion da draußen? Wöhn, 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 ja, ja. Das war meine Yacht, die Petrit gegrieft hat. Warum müssen wir so ein bisschen was Ding noch schreien? Also, wer hat das Schlachtschiff überhaupt? Ah, die, die Sunny. Wohin müssen wir? Petrit? Wir müssen hier eben warten. Scheiße, komm. Wer hat das U-Boot dahin? Wieso schreien Leute, du sagst einen Dragon nicht killen? Wir killen ihn alle jetzt zusammen, Leute. Petrit darfst einen Dragon nicht killen. Okay. Ehre, mann Insight, gebt noch ein paar Boote für euch gratis, okay? Wer braucht dein Boot? Geh mal rein. Ich hätte gerne Yacht drauf. Okay, heee, ganz kurz. Wer zahlt was? Nein, Spaß. Hier ist eins. Ein, ein Huhn. Hier, Klim, noch eins für dich. Danke, Allah. Ach, komm schon. Vini, komm her, hier ist dein Boot. Es können halt immer zwei Leute in einem Boot. Vergesst das nicht, also wir haben genug auf jeden Fall. Komm mit mir, Mann. Wann, du musst mit Spasti an, nein. Klimi, fahr mit mir. Hast du denn Lipt gefunden? Bei dem Pio. Bei dem Pio bin ich jetzt. Hast du dich runtergegraben? Nein, ich bin gefallen. Fuck you, Remy. Wie bist du da hochgekommen? Ach, du hast das Boot nicht kaputt? Ich bin gefüllt. Oh, Remy. Ja, huu, huu. Auf geht's, Leute. Oh. Hey, du kriegst von mir einen Euro, wenn du jetzt durchspringst schon. Alter. Warum fangst du Eisen noch an? Weil ich immer noch kein Eisen habe. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ach so, ich mach das Dings weg. Ja, jetzt kriegst du aber keinen Euro mehr, wenn du durchspringst schon, ne? Jetzt ist es kaputt. Okay. Kann man das Endportal eigentlich abbauen? Lass mal probieren. Nein. Alter, nein. So, meine Freunde, wenn alle da sind, werde ich den einführen. Oh, Mann. Ja, wird es auch reaktiviert. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ne, wartet doch, Leute. Ja, Zinus, du bist zu spät, Alter. Weißt du, du bist eh nicht Teil der Gruppe gewesen. Wo geht's dir runter? Ähm, kann mich jemand, kann mich, kann mich, kann mich jemand ein Schild craften? Ja, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr zu warten. Braucht man nicht, Fett, brauchst du nicht. Boah, nein, wenigstens. Teil der Gruppe, Teil der Crew. Ne, Teil des Schildes. Los, setzt die Kacke da rein, auf! Ja, gut. Ach, wir müssen ja erstmal diese Dinger, diese Endquistle da machen. Nein, seid mal leise, seid mal leise. Hört mal, hört mal, hört mal den Sound, wenn ihr das da reinsetzt. Hört mal. Oh. Ja. Ja, aber warte, lass mal auf die anderen noch warten. Ja, okay, dann warte ich noch. Okay, lass mal auf die anderen warten. Okay, Spar, mach weiter. Wo seid ihr denn gerade? Wo ist die Cordis? Wenn alle da sind, geht's weiter. 750 mit 1500. Wir warten zur Weile wie Ehrenmänner. Und nicht schon mit der Zeit Tee, Alter. Ey, ganz ehrlich, lass machen, wenn Petrit weg ist, gehen wir ohne den. Ah, ich seh euch schon. Die Höhe ist nicht so hoch. Sinus! Ja, ich komm ja schon von da unten, ich bin gleich da. Der ist da hinten. 040 von da unten rein? Hey, danke, Revi. Oh, mein Wasser einmal. Hallo? Warum? Okay, Leute, jetzt Petrit ist gerade nicht da. Schnell, setz rein, setz rein, Spar. Warte, warum? Sinus ist da? Dann schmeißt du Petrit einfach drüber. Junge, Sinus, wo kommst du her, Alter? Was machst du dahinter, du Geisel? Komm rein, du Geisel, der Menschheit. Voll ausgesperrt einfach. Achtung. Warte, 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 warte. Achtung. Ey, jetzt müsst ihr auch warten, bis Petrit wieder da ist. Nein, scheiß auf den. Komm, fang an, fang an. Okay, los geht's. Dann schubst ich Petrit einfach durch. Wir schubsen Petrit zuerst rein, okay? Ja, ja, ja. Oh, Mann. Okay, sind alle da? Ja, ja. Okay, perfekt. Achtung. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Eins fehlt noch, ich habe genau gereicht. Und? Okay, wer geht vor, wer geht vor? Halbzinn, die ist schon drin. Halbzinn, geh da rein. Box Petrit da rein, Box Petrit da rein. Tschüss, Jungs. Geht's gut da drin? Klappt das dieses Mal, da fallen wieder alle. JAHUHU. Das geht, das klappt. Okay. Leute, wir legen jetzt zusammen den Ender Dragon. Leute, das ist das Ende. Alter, das ist Ende von Minecraft? Okay, Leute. Denkt dran, alle Endermans angucken. Leute, wir haben Minecraft durchgespielt einfach. Nee, Alter, die sind ja Endermans, aber wie stressig. Oh, Achtung. Halt mal auf, wir sind mit der Faxen. Geh, Revi, Alter, pass auf. Nee, ohne Witz, ne? Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe keine Lust mehr einfach. Nur mein Held. Jawohl. Was ist los? Komm ran, du Lappen. Komm. Ich bin auch disconnected. Mach dir. Wow. Der Drache. Los geht's, Leute. Wir müssen jetzt. Wir haben einfach keinen Bock. Denk dran, Endermanfarm. Den Atem einsammeln, oder? Die kann ich nicht so aufgleichen. Der Bock ist mir eben, Endermanfarm. Mann, ihr Idioten. Ey, Petrit, komm, wir legen los, Petrit, komm. Ganz ruhig, wir müssen jetzt mal, genau, schießen mal die Crystals ab und sammeln den Atem ein, die Männer. Aber sammeln den Crystal, den kannst du gut verkaufen. Ich habe doch die Atem gesammelt. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen fies von dir mit dem Atem. You need a win. Oh, nein. Oh, Lord. Was? Vom Enderman gequillt. Ja, das ist halt bitter. Boah, hast du keinen Körper? Ey, Leute, ich zerstöre den ersten, hallo, ich zerstöre den ersten Crystal. Mach mal Zeugen. Nein, macht nicht diese. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, toll. Toll, auf jeden Fall. Boah. 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 Nein, der Atem ist wieder weg. Verdammt. Oh, nice. Ja, ich geh mit dir halt die ganze Zeit. Oh, der Bogen. Nice. Ein Crystal. Kann man den Schaden schon zufügen? Ja, klar, aber der heilt sich halt bei den Crystals, ne? Achso, erst mal. Was? Okay, wartet. Leere Flasche. Oh nein. Nein. Ich vermisse deinen Atem. Nein. Bitte komm zu mir. Ich vermisse deinem Atem. Es ist nur noch der Crystal mit dem Ding, na? Ja, ich krieg den aber nicht getroffen. Ah, ist tot. Ich hab ihn getroffen. Wenig, ich hab ihn getroffen. Okay. Auf geht's, Jungs. Ah! Der Cage noch. Nein. Ich muss noch mehr von dem Drassenzeugs haben. Nein. Ja, also, jetzt braucht ihr nicht mit Pfeilen auf den Schießen. Der ist immun, wenn der Feuer speilt. So. Aua. Oh mein Gott. Ich werde schon sterben. Alter, das hat richtig Schaden gemacht. Ja, Mann. Alter, das ist ein Eisensau. Das hat's schon gelohnt, einfach. Mein Kühnli hat gerade ein bisschen gebrannt, ey. Ich bleib einfach hier oben, Leute. Ich bleib einfach hier oben. Alter, es brennt wieder. Alter, was ist denn los hier? Hä? Haut euch runter. Was hat der für eine riesige Area Effect klaut? Der ist ja schwerer als ein Drache, ja. Der ist ja schwerer als ein Drache, ja. Sie haben einige Reisen, wenn du vom Drache weg bist, dass du weniger Schaden machst. Das macht gar kein Damage. Ihr liegen noch Sachen vor Malui. Auf geht's. Jungs. Kill die Missgestalt. Los. Der Drache muss liegen, Leute. Oh mein Gott. Okay. Kommt zu mir. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn auch getroffen. Ich vermagte den Schadenarten. Nein. Nein. Euer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der kommt. Warum eigentlich nur dein Gott, ja? Unser Gott. Okay. Jetzt mit Schwert drauf, aber vor den ich mir die Popperze rein. Ich bin in den Füßen. Schnell, schnell, schnell. Boxt ihn tot. Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schmeiß da ein bisschen hoch. Nice. Deshalb bleibe ich hier oben. Deshalb bleibe ich hier oben. Ich habe so Angst. Okay Leute, danke fürs Zuschauen. Ciao. Und sobald du dort runterfällst, bist du tot, ne? Ich jetzt. Scheiße. Hast du weder voll vier? Ich. Ihr habe ich. Ich habe auch überall Wasser, Sinus. Alles gut. Schlag dich mit Schwert. Aua. Oh, Alter. Oh, scheiße. Schnell. Haut weiter mit dem Schwert, trau weiter mit dem Schwert. Achtung, er bewegt sich wieder. Bogen, 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 Jungs. Bogen. Achso, ich dachte jetzt immer noch mit dem Schwert. Ne, jetzt kannst du Steine werfen. Steine werfen. Achtung, Feuerball. Bam, Junge. So ein Feuerball, Junge. Nochmal. Ich habe ihn getroffen. Gott. Ne. Alter, ich glaube, das ist schon fast so ein bisschen, ich glaube das ist illegal in manchen Ländern, was wir hier machen. Alter, das ist so asozial. Dieses arme, das ist ein bedrohtes Tier, aber wir rotten den einfach aus, Mann. Da, 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 da. Neun von zehn Leuten. Oh, da, 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 da. Oh, da, 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 da. Oh, da, 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 da. Jaaaa. Oh, da, 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 da. Die wollen keinen Lappen. Was? Ich will den XP. Ich will XP. Oh, du kleiner Geier. Du kleiner Geier. Oh, ich will auch XP. Jaaaa. Wer ist denn da gerade noch gestorben? Alter. Oh, oh, oh. Nein, die werden nicht nur auf. Ich will diesen Text nicht sehen, wie kriege ich den weg? Es geht. Ah, okay, okay. Bist du durchs Portal gegangen? Nein, ich bin durchs Portal gegangen. Och, Mann. Das war ein Opfer, Baby. Ich schwör, ich wollt das nicht. Oh, Sparkle hat das Ei. Ja, egal. Egal, Leute. Geile Zeit, geile Zeit auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall eine echt explosive Chaos-Folge, Leute. Ähm, die war jetzt gerade mal so lang, dass man sie auf jeden Fall halbwegs spielen konnte. Ähm, ihr seht schon, dass in der Revolution ordentlich Fortschritt erwirkt worden ist, Leute. Die komplette Mauer ist fertig. Also so gut wie, ne? Ihr seht das hier, Leute. Jetzt ist auf jeden Fall echt einiges passiert. Dementsprechend, meine Freunde, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge hingehen und die Revolution todesweit nach oben pushen und ausbauen. Ich würde sagen, Leute, das war es für diese kleinen Folge von Craft Attack. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich wollte einfach nur dabei sein, den Drachen legen. Easy, 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 peasy, Leute. War auf jeden Fall echt eine nice Aktion. Ich habe jetzt keine Drachenarten gesammelt, aber die anderen haben eh genügend. Und wir teilen ja hier alles brüderlich bei Craft Attack in diesem Sinne, Leute. Passt das soweit? Ich muss mal ganz kurz darauf hinweisen, wie unglaublich geil das jetzt schon aussieht, Leute, mit dieser Mauer hier. Wenn ihr jetzt euch mal vorstellt, dass das komplett einmal ringsrum ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall Schockgesell. Und ich werde auf jeden Fall jetzt die anderen Leute, die jetzt gerade hier noch im TS sind, nochmal darauf hinweisen, dass die auf jeden Fall bei der Revolution dabei sein müssen, Leute. Ich würde sagen, das war es von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben drauf. Wir sehen uns morgen um 19.30 Uhr oder viel eher um 12.30 Uhr bei einer weiteren Folge von Craft Attack, meine Freunde. Hau da rein. Ditte war's. Ich bedanke und verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, Leute.